Weißt du, ich erzähle ausschließlich die Dinge, die ich selber erfahren habe und die Erfahrungen, die ich selber mache. Und das Nummer eins Problem an der Geschichte, warum ich auch immer wieder in diese Falle getappt bin, ist, weil man anfängt, halt linear und exponentiell zu denken. Das heißt also, man glaubt, hey, warte, ich mache jetzt 100.000 Euro Umsatz und habe irgendwie 20.000 Euro Kosten. Das bedeutet, wenn ich 40.000 Euro Kosten habe, dann kriege ich ja 200.000 Euro Umsatz hin. Das heißt, du glaubst halt einfach, das wird genauso, wie es im Kleinen funktioniert, auch im Großen funktionieren. Und das ist natürlich irgendwo ein Naturgesetz, was du im Kleinen machst, so wird es auch im Großen sein. Aber Fakt ist, es ist abhängig vom Business und es ist nachher auch abhängig von deiner Umsetzung, ob das so passiert. Aber auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass nur weil du jetzt irgendwie 10.000 bis 20.000 Euro investierst und einen Weg gefunden hast, um immer wieder 100.000 Euro zu reproduzieren, ein Cashflow für dich, wirst du im Regelfall nicht, wenn du einfach nur das Doppelte investierst, doppelt so viel Umsatz machen. Du willst vielleicht mehr Umsatz machen, du willst vielleicht weniger Umsatz machen, du musst vielleicht mehr investieren, vielleicht wird dein Umsatz auch einbrechen. Und das ist halt der Fehler, in den dann die meisten halt reintappen, weil sie damit zu leichtfertig umgehen. Vor allem, weil du ja, wenn du deine Hebel erweiterst in Form von Zeit, zum Beispiel Mitarbeiter, wenn du vorher keine Mitarbeiter geführt hast, wenn du vorher niemanden eingestellt hast, dann weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt. Verstehst du, es ist ja ein Unterschied, ob du einen Freiberufler bezahlst und du sagst 2.000 Euro netto oder ob du einen Angestellten für 2.000 Euro netto bezahlst. Da kommt ein ganz anderes Arbeitgeberbrutto nachher für dich hinten raus und auch ganz andere Abläufe, wie die funktionieren. Und das Gleiche auch nachher bei Tools und Systemen, die du brauchst, um bestimmte Daten, die du oder Menschen vorher aufgefangen haben, die jetzt in einer viel größeren Menge auf einmal kommen, die du auf einmal auffangen musst. Oder, dass du an den Punkt kommst, dass du dann feststellst, oh warte mal, um einen bestimmten Umsatz zu machen und den zu halten, um eine bestimmte Kundenzufriedenheit zu halten, um eine bestimmte Qualität zu halten oder die auch wachsen zu lassen, steigen auf einmal auch wieder Kosten bei mir, dadurch, dass ich jetzt neue Mitarbeiter für das Backoffice einstellen muss. Ja, dadurch, dass ich jetzt einen irgendwie neuen Mitgliederbereich brauche, dadurch, dass ich vielleicht irgendwie eine Custom-Software-Lösung für irgendwas Bestimmtes brauche, weißt du. Und das ist halt alles etwas, das einfach Zeit braucht. Und Zeit ist etwas, was wir Menschen haben, von dem wir glauben, dass wir es nicht haben und etwas, was wir uns selbst nicht geben, was wir uns selbst einfach nicht schenken, was wir uns selbst halt immer zu schwer machen, weil alles muss immer sofort passieren und alles muss immer gleich morgen soweit sein. Aber die Frage, die man sich stellen darf, ist, wenn du dir jetzt den 18-jährigen Max anguckst, frag dich mal, würde der 18-jährige Max mit den Problemen, Herausforderungen, aber auch mit all den positiven und schönen Sachen, die in seinem Leben passieren, die jetzt gerade da sind, mit 18 umgehen können? Wahrscheinlich nicht. Und das ist die Antwort darauf. Der 18-jährige Nick könnte nicht mit all den Sachen umgehen, mit denen der 24-jährige Nick umgeht. Aber dementsprechend werde ich auch proportional dazu mittlerweile anders bezahlt, anders vergütet. Und das ist auch die Erkenntnis, wenn man sich zu schnell, zu häufig fragt, warum bin ich noch nicht Millionär, wie werde ich Millionär, wie werde ich schnell reich oder oder. Der Grund, warum du das noch nicht bist, ist, weil du noch nicht mit den Sachen umgehen kannst und noch nicht die Informationen und Erfahrungen und das Rückgrat hast, das alles stemmen zu können, was es braucht, um dieses Geld verdienen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020